Balakow wird roter Teufel. Heiduk-Split-Nochtrainer Krasimir Balakow soll heute laut Sport1-Informationen um 14.30 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern vorgestellt werden. Allerdings wollte sich der Bulgarik gestern Abend noch nicht zu diesem Thema äußern. Wissen Sie, die Deutschen antworten in solchen Fällen am liebsten mit. Aber verschiedene Medien spekulieren, sie werden als neuer Trainer von Kaiserslautern vorgestellt. Ja, es sind die Medien, die spekulieren und nicht ich. Heute Morgen jedoch bestätigte Balakow, dass er das Traineramt in Kaiserslautern übernehmen wird. Er glaube auch noch an den Klassenerhalt. Wie er das genau schaffen will, heute um 18.30 Uhr in Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell. Vom Montag bis Freitag, immer 18.30 Uhr auf Sport1.